Hallo Leute, willkommen wieder mal zum Kurzformat hier bei Stoner, Frank und Frey. Manchmal ist es ja so, dass wenn man so Zeitungen liest, sind es oft diese kleinen Nachrichten, die vielleicht nur eine kleine Spalte haben, so eine Randnotiz. Manchmal sind diese kleinen Storys auf den ersten Blick unscheinbar, aber auf den zweiten Blick. Und wenn man darüber nachdenkt, können sie einen richtig weit führen. Also mir geht es manchmal so, dass diese Kleinigkeiten oft inspirieren. Ich lese auch tatsächlich, wenn ich so Zeitungen lese, heute eh noch online, ich kaufe keine mehr, schaue ich gerne mal so in vermischtes Nachrichten rund um die Welt. Da kommen oft die interessantesten Storys, über die man dann so nachdenken kann. Und eine so eine kleine Randnotiz ist jetzt vor kurzem, ich glaube es war im März 2019, habe ich eine so eine kleine Randnotiz gelesen und ging auch durch mehrere Medien. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Darüber möchte ich mal kurz mit euch sprechen. Es hat sich etwas zugetragen in Frankreich, in der Bretagne, in einem kleinen Ort, in einer Hühnerfarm. Dort hat sich etwas zugetragen, was neu ist auf dieser Welt, was es so vorher noch nicht gegeben hat. Etwas Besonderes. Und etwas, was so neuartig ist, dass es einen irgendwo irritiert. Was ist passiert? Es geht dort um eine große Hühnerfarm. Moderne Landwirtschaft, Massentierhaltung, Hühnerfarm, da sind dann vielleicht 500 oder 1000 Hühner oder sowas in so einem großen Stall. Und in diesen Stall hat sich ein Fuchs eingeschlichen. Und es ist dort schon öfter vorgekommen. Also auch heutzutage, ich meine das wissen wir schon immer, Fuchs, du hast die ganz gestohlen, wir kennen diese Lieder so. Es war schon immer so, wenn du so Federvieh züchtest, der Fuchs ist der Feind Nummer eins. Der Fuchs ist schlau, der Fuchs findet immer einen Weg. Und so ist es auch heute. Heute haben die natürlich ganz andere Möglichkeiten, ihren Stall abzusichern und so weiter. Aber trotzdem passiert es immer wieder, dass mal so ein Fuchs da reinkommt. Auch in dieser Anlage, von der wir reden, haben die schon Erfahrung gehabt mit Füchsen. Aber was jetzt das Besondere ist, an dieser Sache, die Tiere haben sich anders verhalten als sonst. Denn normalerweise ist es so, ein Fuchs geht in einen Hühnerstall und der Fuchs reißt halt dann ein paar Hühner. Aber was dort in der Bretagne passiert ist, früh in diesem Jahr, ist, dass die Hühner sich gewehrt haben. Die Hühner haben gegen den Fuchs gekämpft. Und tatsächlich, man hat am nächsten Morgen den Fuchs tot gefunden. Die Hühner haben den Fuchs tot gepickert. Es gab zwar auch ein paar gerissene Hühner, aber der Fuchs war tot. Man muss dazu sagen, der Fuchs konnte sozusagen auch in so einer Situation nicht fliehen. Sondern es ist so hochautomatischer Betrieb. Da gibt es eine Klappe, die haben auch so Freilandhaltung. Und du kannst von diesem Freilandbereich in den Stall reingehen durch so eine Klappe. Aber diese Klappe wird danach, Sonnenuntergang ist es verschlossen. Und geht dann erst bei Sonnenaufgang in der Früh automatisch wieder auf. Das heißt, einmal drin, nachts, ist es ein geschlossenes Ambiente. Und trotzdem hat man noch nie davon gehört, dass Hühner einen Fuchs töten können. Ich meine, wir kennen Tiere. Mit manchen Tieren sind wir ganz lange zusammen. Und es gibt auch, das ist sowohl unsere Erfahrung als auch Verhaltensbiologie, es gibt ganz klar Definitionen, wie sich ein Tier verhält. Wir wissen genau, wie sich Hühner verhalten. Und Hühner sind von ihrem ganzen Wesen her, sind sie defensiv. Die flattern halt weg. Die haben keine Waffen, um auch zu kämpfen. Ich meine, anders als Hähne, da gibt es natürlich schon dieses kämpferische Kampfhahn, kennen wir. Aber Hühner kennen wir schon immer so als Menschen. Das sind halt passive Tiere, die fliehen. Die haben auch, die haben keinen Kampfimpuls. Aber irgendwas ist in dieser Nacht in der Bretagne anders gewesen. Und ich weiß nicht, wie das euch geht. Vielleicht klingt das nach einer Banalität, aber mich kickt sowas, mich irritiert sowas. Ich muss da schon dann denken, hier an beispielsweise den bekannten Film hier von Alfred Hitchcock, Die Vögel. Wie hat es denn da angefangen? Das am Anfang ist es nur eine kleine Anomalie. Das sind es auf einmal die Spatzen, die plötzlich sich anders verhalten als vorher. Plötzlich ist es so ein Spatz, der einen Menschen angreift. Und ich meine, das ist eine kleine Verletzung, nur ein bisschen Blut, aber trotzdem mal irritierend. Weil es ist ein Spatz und Spatzen attackieren keine Menschen. Wieso passiert das jetzt? Und so ist es irgendwie da mit dem Hühnern und dem Fuchs. Es ist tatsächlich so, dass das unter Wissenschaftskreisen eine Riesennachricht ist. Und Verhaltensforscher aus aller Welt sind jetzt da in Kommunikation mit diesem Landwirtschaftsbetrieb. Was ist da los? Manche fahren dorthin und wollen das untersuchen. Man hat sich überlegt, vielleicht liegt es auch in dem Fuchs. Dass der Fuchs irgendwie krank war oder was auch immer. Aber so oder so ist es ein absolut ungewöhnliches Verhalten, dass Hühner auf einmal gegen den Fuchs revoltieren. Ich habe hier auch ein paar Bilder dabei. Es ist mir jetzt nicht wirklich leicht gefallen, nur passende Bilder zu finden. Aber das Einzige, was ich habe, das ist so ein Auszug aus einem Zeichentrickfilm. Das kennt ihr vielleicht. Die Farm der Tiere. Animal Farm. Dort wird es nämlich auch thematisiert. Da gibt es irgendwann den Aufstand der Hühner, die da gegen die Herrschaft der Schweine kämpfen. Und da ist es so eben in der Fiktion, wie ungewöhnlich, dass selbst die Hühner einen Aufstand machen. Weil es eben normalerweise die Natur der Hühner nicht hergibt. Hühner sind eben ganz passive Tiere. Aber dort in der Bretagne haben jetzt die Hühner diesen Fuchs getötet. Wie kann das sein? Und es ist nur eine kleine Story. Und ich sage das alles auch mit dem Augenzwinkern. Also ich sage jetzt nicht, oh, Alarm, Leute. Aber ich habe schon Hitchcock erwähnt. Aber es gibt noch etwas anderes auch aus der populären Kultur. Kennt ihr bestimmt den Roman Der Schwarm von Frank Schätzing? Das ist auch interessant. Der Schwarm. Da geht es ganz grundsätzlich. Wir wissen, Spoiler. Das ist ein interessantes Buch. Kann ich empfehlen, mal zu lesen. Auf jeden Fall nett. Aber mir persönlich in dem Buch fand gerade auch der Anfang gefallen. Die ersten 100 Zeiten oder so was. Weil was dort passiert ist, dass man eben auch Anomalien feststellt in der Natur. Plötzlich gewisse Tiere, die sich nicht so verhalten wie vorher. In dem Buch sind es ganz große Tiere wie Wale, die auf einmal sich anders verhalten, auf einmal aggressiv werden. Aber eben auch kleinste Organismen wie Plankton oder Mikroorganismen, die auf einmal dann Schwarmbildung machen und so weiter. Und die Story, die Frank Schätzing in seinem Bestseller entwirft, ist halt, dass sozusagen die Natur sich wehrt gegen den Menschen. Oder dass sich da etwas verschiebt und dass sich da etwas verschiebt in den Verhaltensweisen von Tieren, von Organismen. Und wenn man das alles im Hintergrund hat, finde ich diese kleine Nachricht dort aus der Bretagne doch durchaus bemerkenswert. Was ist denn? Haben jetzt die Hühner in ihrem Kollektivbewusstsein, was ist, wenn die jetzt auf einmal verstanden haben, hey, gemeinsam sind wir stark? Ihr kennt alle diese Geschichte mit dem hundertsten Affen, dass sich also gewisse Verhaltensweisen ab einer Zeit lang, also wenn etwas Neues entdeckt wird, ein Tier entdeckt, was Neues, Neues Verhalten, dass die anderen es erstmal nicht nachmachen. Aber dass dann immer mehr einzelne Individuen angesteckt werden, bis dann irgendein Punkt erreicht ist, wo so etwas wie eine kritische Masse erreicht wird. Und von dem Augenblick an checken es auf einmal alle und alle stellen ihr Verhalten um. Was, wenn das jetzt bei den Hühnern passiert? Das stelle ich mal nur so als Frage. Und man müsste natürlich auch die Frage stellen, was hat dafür gesorgt, dass dieses Verhalten sich ändert? Auch da, ich sage das wirklich auch mit einem Augenzwinkern so. Aber trotzdem denke ich auch über solche Dinge nach. Wir haben zum Beispiel schon darüber gesprochen hier über Urzeitcode oder ganz generell die Wechselwirkungen, die zum Beispiel aus elektromagnetischen Feldern auf Organismen stattfinden. Vielleicht auch das Magnetfeld der Erde. Wenn sich da Dinge ändern, verändert sich vielleicht auch was in unserer Biologie und dementsprechend auch in unserer Psyche. Das mag sein. Vielleicht hat sich was verändert. Dass deswegen jetzt auch die Hühner auf einmal anders agieren. Und vielleicht sollte das für uns so eine kleine Randnotiz, vielleicht sollte das eine Warnung sein. Vielleicht sollten wir jetzt mal genauer gucken. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass gewisse Parameter verändert werden und dementsprechend sich dann auch die Biologie darauf reagiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so ist. In dem Fall. Will ich, weiß ich nicht. Aber wenn ich diese Nachricht lese, so ein kleines Ding, also mich bringt das auf all diese Gedanken. Und vielleicht ist das so eine von den Nachrichten wie in so einem Thriller, wo man Jahre später feststellt, Ja, hier, damit hat es angefangen. Das war das erste Anzeichen oder sowas. Dafür, dass sich irgendwas hier kippt. Und ja, ein kurioses kleines Ding. Vielleicht haben jetzt echt die Hühner ihren Kampfgeist entwickelt. Vielleicht kommen die jetzt zusammen. Und wenn irgendwann alle Hühner auf der Welt sozusagen gemeinsam sehen, hey, wir können den Fuchs besiegen. Was macht das mit den Hühnern? Was macht das dann vielleicht auch mit anderen Tieren? Und vielleicht ist es letzten Endes ja auch, und deswegen erzähle ich es vielleicht auch, ja, wie so eine Allegorie auch auf den Menschen so, mal aufwachen, mal erkennen, hey, gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können wir selbst einen übernatürlich schwer oder starken Feind, also der übernatürlich stark scheint, nicht übernatürlich, aber über unsere Natur. Als Huhn ist ein Fuchs, ich meine, ganz eigentlich nichts machen. Aber dieses Bewusstsein, dass man gemeinsam auch gegen ganz starke Gegner bestehen kann, das ist eine Erkenntnis, von der können selbst wir Menschen lernen. Ja, ich hoffe, ihr habt ja diese kleine Geschichte auch inspiriert. Der Aufstand der Hühner in der Bretagne. Wer weiß, wohin es noch führt. Könntest du auch mal nachrecherchieren, schaut mal nach. Diese Geschichte ist wirklich durch alle Medien gegangen. Das ist keine Fake News, sondern das ist eine interessante kleine Anomalie. Und ich habe so ein Faible und ich liebe das mit Anomalien, so Besonderheiten. So was ist gerne mein Ding. Ja, vielen Dank auch für eure Aufmerksamkeit und bis nächstes Mal. Ciao. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.